Was ist die CD Projekt Aktie verzockt oder Drama made in Poland, während die halbe Welt gebannt auf Airbnb startet? Schauen wir nach Osten. Auch das Drama um die CD Projekt Red Aktie ist möglicherweise erst der erste Akt, den wir hier sehen auf Tradingview.com. Da hat die Aktie jetzt im Tagesverlauf knapp 12% abgegeben. Was ist passiert? Ja, ich hatte ja vor kurzem die Aktie bereits analysiert gehabt. Hier oben habe ich es genannt Zockeraktie für Hartgesotten. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht. Es ist ja so, dass das Management alles auf eine Karte setzt, dass sie versuchen das nächste große Ding zu machen, das dann die Cash-Cow wird. Und das hatte ich auch entsprechend beschrieben gehabt und das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden, falls es nichts wird. Es haben auch schon einige Warnlampen geleuchtet, insbesondere wegen den Verschiebungen, die wir hier gesehen haben bezüglich des Spiels, bezüglich des Release-Termins des Spiels. Jetzt hat sich das Management dann entschlossen gehabt, am 10. Dezember das Ding durchzudrücken, zu veröffentlichen, Cyberpunk 2077. Und das Feedback fiel je nach Plattform, auf der das Spiel läuft, verheerend aus. Und das ist jetzt natürlich problematisch, weil die Umsätze und Gewinne wahrheitsbedroht sind. Und zwar nicht nur für dieses Jahr, nämlich auch für die nächsten Jahre, weil, wie ich CD Projekt bezeichnet hatte als One-Trick-Pony, Hopp oder Topp, entweder das nächste Pony funktioniert, galoppiert fröhlich davon, oder es ist halt eine lahme Krücke und das heißt dann über mehrere Jahre hinweg eine Durststrecke. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen, was ist passiert. Wir haben ja hier ein PC-Spiel, das ist ein Computerspiel, das ist am 10. Dezember jetzt veröffentlicht worden, also für mich jetzt gestern, zum Zeitpunkt des Drehs. Und es ist auf den sogenannten Last-Generation-Konsolen, die Playstation 4 und Xbox One, tatsächlich nur sehr schwer oder kaum spielbar oder schlecht spielbar. Da ist eine sehr große Enttäuschung und es ist stark verbuggt auf dem PC, inklusive vieler Komplettabstürzer. Wo es soweit ganz gut laufen soll, das ist auf diesen Next-Generation-Konsolen, also Xbox Series und Playstation 5. Als ich das gelesen habe, auch in diversen Foren, auf Reddit zum Beispiel, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie das Ganze ankommt, haben wir natürlich noch hier, wenn man hier eingibt, Cyberpunk 2077 Kritiken, dann sieht man hier auch teilweise Kaufwarnungen für Playstation 4 und Xbox One und überraschend niedrige User-Wertungen und so weiter. Man muss ja sowieso vorsichtig sein bei den Spiele-Reviews von den öffentlichen Zeitungen, weil es sind meistens Jubelperser und da muss man dann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um die richtigen Kritiken zu finden. Anderes Thema, hier haben wir von Cyberpunk direkt das öffentliche Forum, das seht ihr hier, Cyberpunk 2077, PC Crash Issues 232.000. Achso, aber eigentlich wollte ich ja einen Eindruck kriegen, wie schlimm das ist, dass die Last-Generation-Konsolen unfertig sind. Und da habe ich mir einmal geguckt, angeschaut schnell, wann die Next-Generation-Konsolen rauskamen und das ist nicht gut. Die kamen nämlich beide erst im letzten Monat raus, 10. November 2020, Xbox Series und die Playstation 5 zwischen dem 12. und 19. November letzten Monats. Also teilweise noch nicht einmal auf den Markt. Das heißt, das Geld, der Umsatz müsste eigentlich von den Last-Generation-Konsolen kommen hauptsächlich. Und genau da hängt es ja am meisten, sprich Kaufwarnung für Playstation 4 und Xbox One. Und für den PC, da sehen wir ja hier, also massive Abstürze und das Ganze ziemlich verbuggt. Und ja, das heißt jetzt also, Management-Fehlentscheidung, ganz klar, das Management hat Scheiße gebaut, das muss man uns eindeutig so sagen. Sie sind hingegangen und haben das Spiel auf Teufel komm raus jetzt veröffentlicht, damit es noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommt, um Umsätze zu machen, um diesen Gewinnsprung hier zu schaffen, noch in diesem Geschäftsjahr. Die hätten ohne Probleme verschieben können, komme ich dann noch drauf, sie haben sich aber entschieden, das durchzudrücken und das kennen jetzt nur Verlierer. Die ersten Verlierer waren die Entwickler, Stichwort Crunch Time, also sprich Überstunden, die schon hundelang Überstunden machen müssten. Sechs Tage Woche, sicherlich nicht alle, weil wir sehen ja auch, dass bei unterschiedlichen Konsolen, beziehungsweise bei unterschiedlichen Geräten läuft das Spiel unterschiedlich gut, aber prinzipiell Crunch Time, Unzufriedenheit und diese Crunch Time, die wird jetzt nicht beendet sein, jetzt müssen die patchen, 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 patchen. Und je nach Gerät, beziehungsweise Plattform gehe ich davon aus, dass das noch monatelang dauern wird, bis das Spiel so weit rund läuft, insbesondere eben auf PS4 und Xbox One. Und ob man bis dahin die Spieler nicht weitgehend verkraut hat, ist eine andere Geschichte. Wenn man die verkrauen würde, dann würden hier die ganzen, für die ganzen nächsten Jahre hier die Gewinne und Umsätze nach unten gehen. Das sind natürlich massive Verwerfungen auf den Aktienkurs, würde das nach sich ziehen. Da werden wir jetzt noch, aber da kommen wir dann später dazu. Naja, also wir waren jetzt bei der schlechten Managemententscheidung. Die ersten, die gelitten haben, sind die Entwickler. Die nächsten, die leiden werden, sind die Spieler. Wobei, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, es ist schade, insbesondere dann, wenn man extra Urlaub genommen hat oder sowas. Und einige Spieler nehmen es auch ernst und schicken dann auch mal Morddrohungen an die Entwickler, falls sie das Spiel nochmal verschieben sollten. Das ist dann vielleicht, je nach Ernste, ein Fall für die Polizei und Staatsanwaltschaft, aber kein Grund für das Management, das Spiel jetzt doch zu veröffentlichen. Also das sollte nicht als Ausrede herhalten. Also die zweite Verlierer, dann die Spieler, zuerst Entwickler, dann die Spieler, dann Aktionäre, also die Investoren. Denn wenn das Management gesagt hätte, wir verschieben das jetzt ein viertes Mal, wir geben überhaupt keinen Veröffentlichungstermin mehr ab oder nur so ungefähr. Wir machen einfach so lange, bis das Ding rund ist und es wird noch ein paar Monate dauern, dann wäre natürlich der Aktienkurs auch eingebrochen, so wie er immer eingebrochen ist, nachdem das Spiel verschoben wurde. Das sehen wir ja hier, aber ich gehe davon aus, dass der Schaden jetzt weitaus größer ist und dass die Aktie deutlicher einbrechen wird. Das ist, das kann ich jetzt nur eine Einschätzung von mir einer Seite ausgeben, kann auch anders kommen, wie immer. 100% Gewissheit gibt es nicht, komme ich noch drauf. Aber ich denke, der Flurschaden, der jetzt gemacht wurde, ist auch für die Aktie größer, wenn die Investoren erstmal anfangen, das Vertrauen zu verlieren. Im schlimmsten Fall würden Investoren komplett das Vertrauen verlieren in das nächste große Ding überhaupt. Da muss man dann auch nochmal hinkommen, was dazu sagen, denn das Spiel kam zwar, ist zwar gehypt worden, aber zwischen den Seiten haben wir immer wieder gelesen, dass es doch nicht wirklich perfekt ist. Das heißt, die Stimmung, das Ambiente, Umfang, alles bombastisch, aber wenn man das Spiel zerlegt in seine Einzelteile, dann zum Beispiel das Kampfsystem anschaut oder so basteln, sich Waffen zusammenbasteln oder auch das Stilistische, sage ich mal, von der Kleiderordnung, wie die Leute da rumlaufen und so, da gab es durchaus schon Kritiken und da wurde durchaus schon gesagt, vom Gameplay her, dass es im Prinzip auch nicht perfekt ist. Das wäre natürlich das Schlimmste, überhaupt was passieren kann, weil Bugs kann man ausbügeln über Patches, wenn das prinzipielle Gameplay nicht stimmt, das kriegt man kaum mehr weg und unendlich leidensfähig sind die Spieler natürlich auch nicht. Das heißt, irgendwann ist es dann halt so, dass es doch kein großer Erfolg wird, wie The Witcher 3 war und dann wäre das natürlich extrem problematisch für die Investoren, für die Aktien. Die würden dann nochmal deutlich niedrigere Kurse sehen als heute, wir sind ja noch gar nicht so niedrig. Das war jetzt erstmal nur die erste Reaktion des Marktes, die wir da hatten. Ja, ist das Spiel noch zu retten? Also ja, definitiv ja. Also das Technische kann man wegpatchen, wie erwähnt, wobei ich denke, es wird noch Monate dauern, insbesondere für Playstation 4 und Xbox One, also das ist keine Kleinigkeit. In der Zeit müssen die Spieler halt entsprechend leidensfähig sein. Kommen wir nochmal weiter vielleicht zum, was jetzt auch noch wichtig ist. Ich sage jetzt nicht, dass ich das gewusst habe, dass das passiert. Man kann ja mich immer nur einschätzen, versuchen zu einer Einschätzung zu gelangen, wie das Risiko Renditeprofil ist. Und hier war halt das Risiko ziemlich hoch. Das konnte man also leicht erkennen bei dieser Aktie. Und dass das Renditeprofil relativ niedrig war. Meiner Meinung nach konnte man es auch erkennen. Ich habe das Ganze ja hier auseinandergenommen, habe versucht zu zeigen, wie die Managementstrategie ist. Also nochmal Stichwort One-Trick-Pony. Was das für Risiken hat, aber dann auch noch bezüglich der Rendite, wie die aktuelle Bewertung ist. Wie ihr da auch KGVs, trotz dieser unzuverlässigen Gewinne, wie ihr dann mit Hilfe von KGVs, beziehungsweise Multiples immer noch zu einer sinnvollen Aussage kommt. Und da bin ich dann eben zu der Erkenntnis gelangt, dass wir hier bereits eine hohe Bewertung haben, die eingepreist ist in die Aktie. Und die Erwartungen, die werden hier jetzt ganz offensichtlich verfehlt. Was sicherlich auch noch eine Frage ist, geht CD Projekt pleite? Droht da die Gefahr? Da kann ich definitiv Entwarnung geben. Das hatte ich auch in der Aktienanalyse gemacht. Wir sehen hier nochmal die Tätigungskraft und wie wenig Schulden die haben. Und die sind also sehr, sehr stark aufgestellt. Das heißt, es geht hier im Prinzip eher nur um den Aktienkurs, aber nicht um die Existenz des Unternehmens. Und das macht das ja gerade so schade. Das Management hätte ohne Probleme uns allen das Leben einfacher machen können. Das heißt, die hätten das Spiel nochmal verschieben können. Das hätten sie tun sollen, wie sich jetzt herausgestellt hat. Da hätte der eine oder andere Finanz-YouTuber zwar einen Besen fressen müssen, aber alle anderen hätten ein einfaches Leben gehabt. Gut, was eine andere Frage ist, wie tief fällt die Aktie? Also das hier kann erst einmal, sieht jetzt vielleicht brutal aus, dass der Kurs hier nach unten geht, aber das kann erst einmal nur der Anfang sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch deutlich tiefere Kurse sehen werden, weil sich das manifestiert, was sich jetzt zu bewahrheiten droht, nämlich, dass das Spiel eine Enttäuschung ist und kaum spielbar ist oder nur wenig Umsätze generieren wird auf PlayStation 4 und Xbox One. Da ist dann noch massig Luft nach unten da. Das heißt, für mich, das muss ich jetzt natürlich sagen, das ist meine Einschätzung, ist die Aktie definitiv kein Kauf. Also ich sehe keinen Grund, bei diesem Kurs, bei diesem nach wie vor hohen Kurs einzusteigen, bei dem exorbitanten Risiko, dass die Aktie weiterfällt. Wenn überhaupt, dann müsstet ihr mal gucken, könnt ihr dann auch gerne ein bisschen Chart-Technik nehmen, dass wenn die Aktie noch deutlich stärker gefallen ist, dass ihr dann irgendwann auf ein Turnaround spekuliert, weil das Unternehmen an sich ist ja solide aufgestellt bzw. hat auch eine sehr, hat sehr solide Bilanzen. Die werden das meiner Meinung nach überleben. Das ist jetzt nicht die Frage. Ja, das kommen wir mal zum Fazit. Das Zocker, es war ein Zockerpapier, es bleibt ein Zockerpapier. Wer gewusst hat, dass er zockt, für den war das Spielgeld. Das ist jetzt halt möglicherweise ein bisschen weg, war etwas von verloren. Ist halt nicht schlimm, war halt ein Zock. Wer nicht gewusst hat, dass er zockt, für den war es hoffentlich Leergeld. Dann war es auch nicht umsonst, dann hat er etwas daraus gelernt. Und wird sich nächstes Mal mehr Gedanken machen bezüglich Risikorendite, wenn er wieder Geld in die Hand nimmt, um irgendeine Aktie zu kaufen. Ja, wer von euch investiert ist, weiterhin viel Erfolg. Toi, toi, toi. Noch ist das Ding ja nicht gegessen. Könnte ja noch was werden. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sieht es momentan eher etwas düster aus. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.